Smart City geht nicht ohne Bürgerbeteiligung. Deswegen gibt es jetzt das Mitwork-Portal. Hier findet ihr unter anderem die BürgerInnen-Umfrage zum Thema Digitalisierung in unserem Landkreis. Hier klickt ihr einfach auf Jetzt loslegen und es geht los mit einer kurzen Erklärung zum Fragebogen. Um im Fragebogen voranzukommen, klickt ihr entweder auf den Weiter- bzw. OK-Button oder drückt einfach die Enter-Taste. Wenn ihr eure Antworten noch einmal ändern wollt, könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr euch mit den beiden Fall-Buttons unten rechts durch den Fragebogen navigiert. Mithilfe dieser Umfrage wollen wir ermitteln, welche Themen euch als Bürger besonders am Herzen liegen, damit wir diese in den Smart City-Projekten umsetzen können.